Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute gibt es eine Runde zusammen mit Kili. Wir haben eine wunderschöne Runde Duo gespielt. Kili hat sehr lange kein Fortnite mehr gespielt und ich habe ihm so ein bisschen die Kugel gezeigt. Und diese Kugel hat uns den Sieg gebracht. Wir haben den letzten Gegner mit dieser Kugel getötet. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Smash den fetten Daumen nach oben, ich würde mich mega darüber freuen. Und falls ihr mich noch nicht supportet, geht in den Fortnite Item Shop und unterstützt mich als Creator. Ich würde mich mega darüber freuen. Ja, mehr bleibt eigentlich nicht mehr zu sagen. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und macht die Glocke an. Genau. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Richtig lustige Kugel-Action, Leute. Let's go! Achso, und meine Fatescam ist ein bisschen unscharf, weil ich dumm bin. Du hast noch nicht die Kugel gespielt. Nein, ich komme nicht zum Zocken. Mann, Kili. Dann lass es zu einer Kugel landen. Okay, lass versuchen, jemanden mit der Kugel zu töten, weil soweit ich weiß, kann man auch mit der Kugel damage machen. Let's Kugel! Kugel, Kugel! Du kannst es mit Linksklick gedrückt halten. Da kannst du solchen Grabler machen. Und mit Rechtsklick oder mit Lad, ich weiß nicht, wie du das belegt hast, kannst du dich boosten. Du kannst dich zum Beispiel auch festhalten, boosten und dann bouncest du so hin und her, weißt du. Und wenn du nach oben guckst und boostest, kriegst du mehr Speed. Weiß nicht, lass mal irgendwo reinfliegen, oder? Ja, hab ich hier. Gegner? Ja. Aber mit dem Tod Kugeln, hefte dich an ihn und versuche ihn anzupusten. Ah, pass auf. Versuche ihn anzupusten. Ey, fünf Schaden! Ne? Über uns? Ich weiß nicht genau, von wo der ist. Agent Wuschmann. Ah! Die Armen. Keine Hauptsache. Wo launst der denn hin? Ah, da vorne ist ein Mate. Nein, meine Kugel rollt. Guck mal, meine Kugel wieder. Oh, die haben eine Chest ausgegeben. Ah, nice. Oh, Zone kommt. Diese Dinger sind so geil. Jetzt jemand? On the way. Ach, willst du den Tod Kugeln? Eigentlich ja. Ich hab gerade nur einen wichtigen Fight. Warte. Ich schnapp mir eine Kugel. Nein. Er hat nicht funktioniert. Ja, der hat schon ein 80er-Hit bekommen hier. Nicht mit uns, Kollege. Sorry, mate. Nice, Kugel. Nice, der Dicer. Da launcht auch schon wieder jemand. Ein-Hit. Agro. Ah, da. Bam. Bam, bam. Ab, ein Tod. Nice. Kugel. Hier ist deine Kugel noch. Ist so geil, wenn du ohne den Boden zu berührst, schwingst über zwei Dinge. Oder mehrere. Ah, ist es bei Solty? Jetzt muss man. Schon wieder einer. Komm her, komm her. Er kriegt kein Damage, Alter. Mann. Was macht der? Ey, Buschi. Bleib still, Junge. Ja. Echt? Ja. Wie viel? Oh, 49. Echt? Oh, 13 Schaden. Lass ihn töten, Alter. Oh, mein Gott. Er versucht, mich zu picken, Alter. Nochmal, 16. Oh, er ist weiß. Kili. Nein. Er will mich kaputt machen. Du kannst einfach gegen die Wand boosten, dann geht die Wand auch kaputt. Yes. Ich bin bei dir dritten. Oh, die Traps. Lass die Traps kaputt machen einfach, die Wand. Ich bin bei dir dritten. Fert bricht zusammen? Nein, er hat mich rausgeholt. Kili, du musst ihn holen. Kili, du musst ihn holen. Ah, scheiße. Okay, ich töte ihn. Leben genommen. Schade, ey. Ey, wir hatten ihn wide geboxt, nur mit dem Scheiß, ey. Es launcht jemand sonst? Ja, auf Ripp, ich fäll' mein Building erst mal. Oh. Ah, nee, sein Meister hat auch nicht gespielt. Will ich rauskommen? Ja, ja, komm raus. Wir spielen schon wieder Bob, der Baumeister hier. Hat uns zwei Hits gegeben. Noch ein anderes Team. Kann man dieses ganze Ding nicht einfach runterboxen, Alter? Ich habe auf jeden Fall ihren... Ja, er bricht zusammen. Und redeploy. Habe einen down. Wide. Beide down. Ihr kleinen Pisser, Alter. Ihr pusht uns nicht, ja. Nur mal so, dass ihr Bescheid wisst. Ja, ich sehe die. Hier hinter dem Haus. Okay, lass mal... Jo, 100er Hit. Nice. Ja, dann lass ihn töten. Ah, es sind zwei. Ich baite ein bisschen. Ja, hab ihn. Nice one. Sein Maid ist wild. Ja, der ist tot. Noch ein One-Shot, One-Shot. Übel One-Shot. Er ist hier vorne in dem Ding. Hab ihn. Nein. Bist du safe? Ja. Ah, fuck, die schmeißen Nades zu dir. Komm nicht so weit. Ich kill die Schneiderkehle, okay? Ja. Bin frei. Also bin ich aufgeholt. Wie viel Leben hast du? 34. Ah. Ich komm nicht holen. 20. Ich hab einen Chuck-Chuck. Ah, nice. Gönnen wir rein. Die sind nicht gut. Kling mal easy. Oh my God, das sind die letzten zwei. Oh ja. Lass einen töten. Einer ist ein richtiger Bot. Weißt du? Oh, ich hätt gerne eine Kugel, Alter. Ich würd ihn gerne mit der Kugel noch killen. Hi, Kevin. Hi. Hello. Habe einen down. Der andere ist ein richtiger Bot. Warte, warte, warte. Wir hatten noch eine Kugel irgendwo. Lass ihn nicht töten. Ich will ihn mit der Kugel rollen. Ich hab ihn gefinisht. Ich hoffe, er stirbt nicht im Sturm. Oh, ich glaub, er wird. Oh my God. Nein, 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 nein. War einfach nur so, dass er dich nicht hittet. Da vorne war safe eine Kugel, Alter. Ja, Mann, da ist sie. Das sind zwei Kugeln. Kili, hol dir auch eine Kugel. Da, wo ich gemerkt hab, ist eine Kugel für dich. Mann, da landet leider natürlich nicht. Ja, ich baue ihn nur hinter mir. Ja, gut. Wir müssen ihn mit der Kugel hitteln. Okay, bist du ready? Ich schau, wo er ist. Ich glaub, er hat nicht viel Leben. Da, ich seh ihn. Okay, 3, 2, 1, go. Ja, nein. Oh, Achterhütte. Nein, 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 nein. Ja. Let's go. Oh my God. Wie viele Kills hast du? Ja, Leute, wir haben einfach mit der Kugel geworden. What the fuck? Falls du noch keinen Daumen nach oben da gelassen hast, macht das sehr gerne. Abonniert diesen Channel. Tschüssi, Kili. Danke, danke. Hey, die Runde, Mann. Boah, mega nice. Tschüssi, Kili. Tschüssi, Kili. Tschüssi, Kili. Tschüssi, Kili. Tschüssi, Kili. Tschüssi, Kili. Tschüssi, Kili.